In unserem Garten hängt ein Meisenknödel, an der Tanne, die ihre Zweige in den Himmel streckt. Da kommt der Meisenmann geflogen und er zeigt uns allen seinen Nachmittag, die Kakehlen laut in ihrem Nest. Die Frau Meise gibt die Kinder ein Würmer, doch für den Mann da bleibt ein Rest. Sei nicht traurig, kleiner Meisenmann, dass für dich nicht übrig bleiben kann. Die Kinder haben Hunger, sie wollen essen, das darf man nicht vergessen.